Ja, schick hier, ne? Ja, da. Gegner! Au, ich brenne! Ich brenne, ich habe Schmerzen! Oh. Dreier spawnen. Au. Au. Alle weg? Ja. Da hat man nur ein brennender, dampfender Ballers übrig. Also, wenn du irgendwie mal weg musst oder so, dann sag nur rechtzeitig Bescheid, ne? Ich muss weg. Was, rechtzeitig? Also, ich meine zum Recken jetzt. Oh, da gibst du gerade was frei. Ja, ja, ich bin schon dabei, das mit zuzubauen. Gegner! Wollen wir spawnen? Ich habe gerade mein Schwert weggeschmissen. Wo ist es denn hin? Habe ich es eingesammelt? Ich weiß es nicht. Warte, ich schau mal. Hier. Ah, danke. Deine Waffe! Das hat so ein bisschen was für Action. Ich weiß es so. Also, hier Action-Filme, ja? So, er, äh, der Hauptcharakter wirft das Schwert einem anderen zu, der tötet einen und wirft ihm das Schwert zurück zu. Genau. Au, ey, wir sollten uns nicht gegenüberstehen. Kreuzfeuer ist nicht gut. Äh, nee. Lass da brennen. Lass doch ein bisschen brennen. Dann haben wir hier immer ein bisschen mehr Licht. Achso, ja. Die spawnen sowieso. So, Juri, ich ziehe mich mal ein kurzes Stück zurück. Ich brauche schnell ein, ein Tröpfchen Flüssigkeit für meine Kehle. Jo. Wir ballen es nur am Saufen. Und ich muss mich jetzt auch mal zurückziehen, weil, äh, beim nächsten Schuss ticke ich tot. Vorsicht, die kommt. Wow. Fuck. Na los, kommt. Ich warte auf euch. Wow. Ahaha. Sniper. Ihr kriegt mich niemals lebend, ihr Loser. Au, ich bin's vollgerannt. Ich stepp. Hier brennt es überall. Vorsicht, Juvie. Wie suchst du einen? Der ist bestimmt nicht von mir der Pfeil, der in deinem Hintern steckt. Oh, ups. Und der ist auch nicht von mir. Okay. Oh, das ist nicht gut, das Feuer. Komm, spawnt. Ich hab jetzt einen Pfeil hier so schön gespannt. Action, man, der größte Held in deiner Welt. Irgendwie ist das ja witzig, oder? Au. Wow. Rückzug, rückzug. Nein, niemals. Vielleicht doch. Okay. Vorsicht, Juvie. Schussbereit. Bam. Haha. Au, au. Schnapsi. Sehr gut. Ui, ui. Oh, Nachschub. Das macht Spaß hier irgendwie. Ja, irgendwie ist das echt lustig. Das hat so ein bisschen was von der Schießbude hier. Ich muss gerade mal noch ein bisschen recken, also... Ich muss gerade mal noch ein bisschen kürzer treten. Ja, ich auch jetzt, unbedingt. Okay. Ich bin soweit. Ich habe einen Pfeil auf der Sehne. Aber sehr lohenswert. Scheiß, die Wand, dann ist das hoch. Ist das lustig. Also, ich habe schon 15. Au, au, au. Au, 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 au. Hier ist Action. Come back. Nein, niemals. All hell is gonna break loose. Okay. Ich lebe. Ich habe sieben Lohn. Also, vom Level her lohnt sich das vor allen Dingen auch schon richtig. Vorsicht, hier brennt's. Oha. Ah, ich gehe noch rein. Okay, wie sieht es aus? Wollen wir uns eben zurückziehen? Ach komm, eins bauen, nehmen wir noch mit, oder? Okay. Au. Da ist er. Boah. Wenn da alles brennt, dann sieht man so schlecht durch. Okay, dann gehen wir mal. So. Okay. Puh. Ein kleines... Ich glaube, hier lang sind wir noch nicht, oder? Also, da geht es ja zurück. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Ich höre einen Gast. Ist das da drüben? Ach nee, das ist nur... Sie aber keinen. Ach, ich auch nicht. Okay, hier ist nur eine Mauer. Oh, die muss mal weg. Ich glaube, da ist nicht viel Action dahinter. Ja, wir gucken mal, wo wir rauskommen, oder? Also, wir kamen uns jetzt hier nicht ins... Irgendwo hin, aber... Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter zu zweit kann man hier so schön sich durcharbeiten. Wir fräsen uns durch den Stein. Zweimal. Huch. Ich habe da mal eine Fackel gesetzt. Ich habe sie aus der Seele abgeschlagen. Du Schwein. Kannst du es wagen? Ja, ich glaube, so richtig irgendwo rauskommt, tut man hier nicht, oder? Nö. Ist zwar voll spannend, aber... Eigentlich ist es nicht so der Burner. Ich habe einen guten Vorschlag. Gehen wir wieder. Da oben geht es raus. Nö. Hier irgendwo auf jeden Fall. So, hier ging es doch gerade... Ja, hier. Huch. Hallo. Los, mach noch einen Schritt. Wo sind wir gelandet? Tja, irgendwie nicht so spannend hier. Ich kann mich auch in den Glausdorn noch mitnehmen. Ja. Ja. Ich komme nicht mehr raus, jetzt. Hier gibt es noch so eine Glausdorn-Traube zum Mitnehmen. Ich gebe die Deckung. Dann nehmen wir den mal noch mit und dann... Ja, weiß ich nicht. Gehen wir dann schon wieder zurück, ja, ne? Oh, Gast! Au. Wie war das, die Gastschüssel zurückzufeuern? Einfach musst du sie mit dem Punkt... Ah! Kugel direkt schießen. Aha, da haben wir ihn. Aua, hier brennt ja echt alles. Huch. So, da hinten ist er runtergekommen. Ja, die können auch was droppen, aber dass man die mal an einer gescheiten Stelle erwischt... Das ist mir noch nie passiert. Die Erfahrungspunkte sind hier. Können so Tränen droppen. Ja, Gastränen irgendwie, aber der hatte keine dabei für uns. Aber hier gibt es eine Menge, Menge Glausdorn. Ja. Aber... Ich würde mich jetzt nicht zu weit von der Gruppe entfernen, also von dir. Ne, lieber nicht. Also... Nehmen den Glausdorn hier jetzt nochmal eben runter und dann ziehen wir uns wieder zurück. So. Jo, das war's. Ich habe eingesammelt es hier unten. Da drüben könnte man auch noch ganz gut hingehen, aber ich glaube, das reicht jetzt. Ja, das sollte erstmal reichen. Wollen wir nicht zu gierig werden. Genau. Jetzt haben wir gerade wieder so viel und bevor ich gleich wieder in Lava renne... Oh, hier ist... Ähm... Magma-Schleim-Zeugs. So ein Blob gespawnt und da vorne ist ein Lohn-Typ. Deranimo! Oh, will das Skelett? Oh, apropos, ich muss was essen. Mach das, mach das. Wie sieht es bei dir mit Essen aus? Essen habe ich noch genug. Also bist du noch voll, meine ich, oder? Also vom Essen her, ja. Von dem Leben nicht mehr so. Halt, das war das Ding. Dann machen wir uns auf den Rückweg, haben wir gesagt. Jo. So durch den Brunnenraum. Und da hier erinnere ich mich nicht mehr. Ne, ich mich auch nicht, aber... Nach unten ist auf alle Fälle nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall mal die Nederwarzen rausgenommen. Könnte hier richtig sein. Ich glaube, nach oben war falsch. Ja, hier war mal Glouz. Was? Uh, River-Skelett, der hat mich erschreckt. Hö, hö. Wo bist du? Oben. Warum? Wo ist es? Ist doch Grund genug. So, ich komme runter. So, hier hinter lang. Ja, 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 ich komme schon jetzt. Genau, geht raus. This way, please. Dann hier lang. Und hier sind wir draußen. Okay. Sicher? Ja. 100 pro? Ja. Ist doch unsere... Ja, Tatsache. Juri, du bist gut. Hm, Orientierung. Ja, ich habe... In Spielen habe ich keine Orientierung irgendwie, aber in echt habe ich eine relativ gute Orientierung. In echt habe ich das auch. In Spielen habe ich echt eine absolute Scheiß-Orientierung, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, kann vorkommen. Ist ja auch nicht ganz so wild irgendwie. Meistens hat man ja eine Karte, was man in real life nicht hat. Wobei bei Smartphones heutzutage wiederum schon... Ich habe kein Smartphone. Selber schuld. Du gehörst nicht zu den coolen Leuten, zu dem Kult der Kulte. Ich brauche kein scheiß iPhone, um einen dicken Penis zu haben. Nein? Nein. So. Wo geht es hier weiter? Ich will hier raus. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wo du hin bist. Weil du auf einmal weg warst. Da vorne ist was. Hä? Bist du noch bei der Treppe oder was? So, ich habe den Weg gefunden. Ich bin voll gut. Hä? Wo bist du? Ich komme hier raus. Und niemand kann mich aufhalten. Ich gehe jetzt einfach mal raus. Du weißt ja, wo du lang musst. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ja, ich glaube... Wie hast du mich denn überholt? Ich bin verwirrt. Das bin ich, Gonzales. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich mich nicht überholt habe. Ich habe mich zuerst verlaufen, dann habe ich irgendwo ein Tor gesehen, dann bin ich zu dem Tor gelaufen, dann war ich da. Ich bin voll gut, ne? Jo. Aber ich muss sagen, unsere Tore sind voll gut gesetzt. Also man sieht sie meistens gerade so noch. Ich kann Spuren lesen. Ein ganz toller Spurenleser bist du. Ja. War aber echt eine gute Idee mit dem Zeug. Ja. Hier noch hoch? Jo, jo, jo. Du bist richtig. Die Fackel weist immer zum Ausgang. Ja. Ich versuche hier nur gerade irgendwie hochzukommen an der scheiß Kante. Ich hätte auch einfach was zerkloppen können, aber... Au! Hier, pff. Du hast ein großes Portal. Huh. Man hat immer Angst, dass sie angreifen, ne? Ja, bei denen hat man Angst, dass sie angreifen und ich wollte gerade springen in eine Richtung. Da habe ich mir gedacht so, Moment. Schau lieber zweimal hin. Ja. Gut, dass ich zweimal hingeschaut habe, sonst wäre ich irgendwo runtergesprungen. Ja, das kenne ich. Wohlgemerkt. Ich glaube schon, oder? Jo, ist richtig. Und jetzt? Wie lang? Achso, da um die Ecke. Ich glaube, da ist das Portal dann gleich, oder? Da, Hamas. Hey. Nein, Dschihad. Was? Ja, nicht Hamas, sondern Dschihad. Achso. Ich sehe dich. Siehst du mich? Jo. Okay, sehr gut. Alles gut gegangen diesmal. Yay. Unbelievable. So, und eine kleine Netatour immer wieder zwischendurch. Ach, wie schön. Und sehr lohnenswert, also auf jeden Fall. Auch eine leckere Ofenkartoffel. Also der Aufstieg hier ist ein bisschen lästig. Ja. Hör auch gerade auf die Eier. Da müssen wir noch dran arbeiten. Ja. Natürlich ist es Nacht draußen. Aber was war sonst? Das heißt, wir haben viel Abenteuer. Vorsicht, dass du nichts sprengst, falls ein Creeper kommt. Ja. So, schnell nach Hause. Hilfe! Zombies! Ich hab'n Zombie im Kühlschrank gefunden. Ach. Wow. Ich hab'n Zombie vor meiner Tür gefunden. Auf meinem Balkon. Was? Bist du da hingekommen, du Arschloch? Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob hier irgendwie was bei mir spawnt. Oh, hier ist ja noch offen. Das ist irgendwie uncool. Dann brauchst du ja gar nicht spawnen. Dann kannst du ja so reinkommen. Ne, sieht aber alles gut aus. Dann packen wir uns mal eben ins Bett, oder? Ich lieg schon. Ich auch. Ich steig schon alle Fünfe von mir. Hat aber lange gedauert, gerade irgendwie. Ja. Es war ja auch eine lange Nacht. So. Vielen Gefahren haben wir getrotzt. Doch sind wir wieder ans Tageslicht gekommen. Jo. So, da haben wir jetzt einiges zusammenbekommen. Möchte ich mal so behaupten. Also gerade Glowstone war gar nicht so schlecht. Irgendwie. Eine Lohnroute wird zu zwei Lohnstaub. Und Lohnstaub braucht mehr, glaube ich, fürs Crafting. Ich hab' ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich hab's mir vorhin kurz angeguckt, aber nicht wirklich geblickt. So auf die Schnelle. Ja, ist ja egal eigentlich. So. Das können wir da reintun. Ich hab'n Bilds mitgebracht. Im ganzen. Im ganzen? Im ganzen Bilds. Was ist das hier? Schwarzpulver. Hey, ich hab'n Schwarzpulver einmal gefunden. Jo, cool. So. Einmal 32 Glowstones dazu. Ähm. Hatte ich hier nicht. Das fand ich ganz gut. Schnelle Sachen. Scheint nicht so. Was haben wir hier? Jetzt kommt wieder das große, das große Ordnen. Ja. Ich bin aber auch schon fast fertig eigentlich. Schau mal, ob ich irgendwo eine Kiste hab, wo ich Nether-Sachen rein hab. Aber das sieht nicht so aus. Nö. Dann machen wir das einfach mal so. So, jetzt tun wir da rein. Sonst noch was ist Nether. Ja, Nether-Ziegel. Hey. Nether-Warzen. Du hast eine Warte. Ja, die ist aus dem Nether. Das ist ja noch ekliger. Du hast was eingefangen da unten. Ja, ich habe mit den Einheimischen geknutscht. Nein. Das sind verdammt gute Küsse. So, okay. Na, jetzt. So. Also, Kies. Äh, Kies, Kies. Hier, Kies. Kies. Kies, Milch. Nein, Moment. Das war was anderes. Echt? Ja. Das war eine Blume. Kies, Milch. Kies, Milch. Jetzt muss ich mal eben die Lücke in meinem Haus dicht machen, Jun. Was ist denn die Lücke in deinem Haus? Ja, irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie ist das da offen. Achso, damit ich hier durchkam. Genau, ich erinnere mich. So, wie sieht's aus? Wollen wir jetzt, wenn wir jetzt wieder am Anfang mit Bauen, wollen wir dann Monster anlassen, oder? Ich würde sie ausschalten zum Bauen. Ja, können wir ruhig machen. Jetzt überlege ich bloß gerade, was wir jetzt machen können. Hast du schon einen Plan? Ich habe noch keinen Plan. Du bist schon Hausarbeit, weil du hast ja gesagt, du hast so viele Pläne für dein Haus. Ja, man könnte das Dorf allerdings auch wiederum noch weiterbauen. Ach, wir haben so viel. Wir könnten ja, wir könnten. Ja gut, du kannst ja in deinem Haus weiterbauen. Ich schaue mit einer Verbindung zu dem Dorf rüber. Ja, von mir aus. Dann machen wir das so, oder? Jo, müssen wir bloß den Server jetzt eben neu starten. Jo, also Leute, dann bis gleich, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.